Hallöchen! Heute bei Clash of Clanks. Schauen wir mal ein bisschen vor. Es ist ein bisschen mehr Geld. Meine Truppen sind auch fertig oder? Beide voll? Dann können wir noch welche finden. Welche machen? Ich kann ja mal welche einstellen. So. 16.000. Wunderschön. Was ist das da mit 75.000 zu verbessern? Was ist das Schiff? Das dauert nicht. Jetzt können wir es verbessern. Mal gucken, ob wir eingreifen können. Dann sind eine Kanone. Da auch noch eine. Okay. Schnell. Tschüss. Um. Was ist das so wichtig? Summe eine Abnahme? . Die Blöden. Das ist gut. Aber das ist noch mehr gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt können wir ein bisschen für ein bisschen ausbilden. So. Was können wir verbessern? Geld ist ja gut. 3.000 oder 3.000. Oh, den kann ich noch gut. Das ist noch nicht ganz. Ich finde das ja besser. Du weh gehst ja. Cool. Was gab da noch das andere? Was ist eigentlich da? Das kommt. Das kommt zum Wasser. Mönke. Ja, sieht die aus. 5.000 Verbesserungen. Was gibt man denn da? Ach so. Das können die Kobolde. Was steht das da? Diese letzte kleine Karton haben noch auf. Und dann sagen, boah, jetzt hat sie sich schneller als ein Spruch vor dem Gierarzt gesucht. So. Ach so. Ach so. Cool. Hm, wir werden auch nicht schnell zu vergessen. Was kaufen, zu verteidigen. Ja gut. Das wollen wir nicht drüber reden. Das hat viel zu tun. Armee. Okay. Kaserne. Kaserne. Hoppe. Versuten. Oh, wir könnten so nicht noch einkaufen. Wo sollen wir das denn hinstellen? Hm. Ist jetzt Kaserne wichtig oder kann sie außerhalb sein? Mal gucken, ob man die außerhalb lassen könnte. Dann könnte man. Wollen wir lieber das ein. Kann man die ausbauen. So besseren. Wie viel schaffen die? Start mal. Mal gucken, wo kann die. Der dritte impairste. Okay. Uns liegt. Der dritte Barbara. Mer Donc weiß die. Der dritte. Eine overlookedmitrende. Und dann ist damit es für uns liquidenswerti wäre es. Eine schwierige. Es dauert 14 Minuten, na wo? Bis man ja mehr ganzes. Hat er es für mich, okay. Das dauert ja noch ein bisschen. Ich steige mir ein bisschen. So. Jetzt noch einmal. Ist ja schon mal gut, oh. Okay. Ach, auf 4000 ist Bronze, ist okay. Ist schlecht, bester Klein. Antippen, um Details zu sehen. Gut. Warum ist schlecht? War ganz knapp. Natürlich ist das Zeiter. Dritter, Nova, heute ein Eifel, fast. Einer der Besten. Hm. Jetzt alle so neben jemand anderem kommen soll. Krass. Ach, hier hoch. Und da. Oh, nicht schlecht. Das sind ja alle so. Da ist ja keiner. Oh, 12 oder einer. Hier haben wir mal einen Clan suchen. Besser Spieler. Kortisan ist alles. Gewinnere Verteidigung. Okay. Okay. Oh. Ich weiß auch, jetzt brauche ich noch nicht zu suchen. Den war mal. Soll ich mich mal suchen. Ich hab ihn gewonnen. Oh, ich hab ihn angegriffen. Oh, der hat mir hier angegriffen. Das Schweine. Ist doch Geld geklaut. Irgendwann greif ich die auch an. Wie hoch waren die? Steht gar nicht. Viel. Fünf. Achso. Ist ja jetzt fünf, greck mich schon an. Spackrohe. Das. Auch fünf. Hm. Der hat mich angegriffen. Ich schraub sie da selber. Ich trüge mal hier runter. Jetzt sind sie auch viel schneller an dem Feuer. Die kann man da oben verschieben. Schau. Schau. Schau besser aus. Wir können nicht stärker zum Feuer. Oder zum Lager. Ja, ich wollte nur da bleiben. Jetzt hätte ich mir verschwunden. Okay. Jetzt müssen wir trupps machen. Das stört auch wieder. So. Das war nicht schlecht. Jetzt müssen wir nächstes Mal gucken. Läuft, läuft. Läuft was anderen alles. Ich fläge nur Spanne. So. Erstmal können wir nichts machen. Die Truppe dauert ja noch. Zehn Minuten. Schau. Ich bin auch schon. Schau. Zwei gute Kanonen. Wo kann man denn dritte denn bekommen? Das dauert bestimmt ne? Versteht man ja nicht. Ich bin gerne gehabt. Noch eine Kanone hätte ich sehen. Ich bin auch geil, ist der Turm. Oh, das wird doch cool, wenn man so hoch steigt. So, golder Turm, aber sehr teuer. Mal schauen, wie es läuft mit deinem Geld. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.